Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar den Rabin Miller Primzahl Generator beziehungsweise vor allem den Primzahltest. Der ist nämlich eigentlich das Herzstück davon und ich würde eigentlich ganz gerne den Beweis machen, aber leider ist der sehr, sehr lineare Algebra lastig und ich habe Zweifel, dass meine Zuschauer unbedingt so viel LR haben wollen. Deswegen lasse ich den Beweis hier weg. Wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, dann fragt mich und dann liefere ich den vielleicht noch nach. Mal gucken, aber ja, ich lasse den einfach weg. Ihr bräuchte dafür einfach viel zu viel Vorwissen und deswegen machen wir jetzt nur den Generator selbst. Das ist quasi, wie ich Primzahlen mir erschließen kann und was ich am Anfang einfach mache, ist folgendes. Ich habe eine Primzahl, beziehungsweise ich möchte eine Primzahl mit n Stellen haben. Diese n Stellen, die muss ich auch irgendwie garantieren. Das heißt, meine erste Stelle müsste eine 1 sein, also ganz links die Stelle von meiner Primzahl muss eine 1 sein. Ansonsten hat das Ding keine echten n Stellen, sondern eigentlich weniger. Und was ich deswegen mache, ist, ich generiere mir Primzahlen oder irgendwelche Zufallszahlen, um genau zu sein, mit n minus 1 stellen und schreibe an die Spitze eine 1. Dann habe ich auf jeden Fall eine Zahl, die n Bit hat. Das heißt, ich kann vorne nicht noch ein paar Nullen abschneiden und eigentlich hat sie dann weniger Stellen, sondern sie hat wirklich n Bit. Okay, und das mache ich einfach, wie gesagt, indem ich vor meine Zufallszahlen mit n minus 1 stellen, einfach noch eine 1 dran hänge. Und was ich dann mache, ist, ich prüfe, ob p eine Primzahl ist und gebe p zurück. Und ansonsten führe ich den ganzen Generator einfach nochmal aus. Es gibt genug Primzahlen, als dass man das ruhig machen kann. Das ist tatsächlich sogar die effizienteste Variante, wie man das machen kann. Und ja, mein Primzahlen-Test ist jetzt hier, der vorläufige zumindest mal. Wir haben hier einen Primzahlen-Test, der nimmt ein p und ein t. t ist dann sozusagen, wie sicher will ich eine Primzahl haben. Das heißt, t sollte man möglichst groß wählen. Und was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich nehme meine Zahl i, also ich lasse einfach eine Schleife laufen von i gleich 1 bis t und ziehe mir zufällig ein a aus meinen Zahlen von 1 bis p minus 1. Und falls mein a hoch p minus 1 ungleich 1 Modulo p ist, dann ist es auf jeden Fall keine Primzahl. Ansonsten geben wir einfach mal zurück, okay, vermutlich ist es eine Primzahl, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Kleine Antwort, warum hier a hoch p minus 1 steht, das wäre wieder der Satz von Fermat. Denn wir wissen ja, a hoch p minus 1 ist dasselbe wie 1 Modulo p. Und ja, das besagt, wie gesagt, der kleine Satz von Fermat. Also, dass wir hier a und p teilerfremd haben, bedeutet a hoch p minus 1 ist 1 Modulo p. Das Ding ist, wenn a und p nicht teilerfremd sind, sprich zum Beispiel a teilt p, dann wäre p oder einfach der größte gemeinsame Teiler von a und p ist nicht 1. Dann würde das bedeuten, dass a hoch p minus 1 ungleich 1 ist und wir haben einen sogenannten Zeugen dafür, dass die Zahl p keine Primzahl ist. Ja, und der Trick dabei ist dann auch noch, und den Beweis erspare ich euch jetzt eben, dass wir 50% der Zahlen, die wir hier drin haben, also wirklich 50% der Zahlen, die wir hier in a ziehen können, sind Zeugen dafür, dass p keine Primzahl ist, falls p auch wirklich keine Primzahl ist. Ansonsten gibt es diese Zahlen nicht da sind. Wenn p eine Primzahl ist, dann gibt es diese Zeugen tatsächlich nicht. Das heißt, wir haben in jedem Durchlauf von der Schleife haben wir eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in den Zeugen finden, dass eben dieses a hoch p minus 1 ungleich 1 Modulo p ist, also dass p keine Primzahl ist. Jeder Durchgang gibt mir 50% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn ich das Ganze hier, keine Ahnung, t mal durchlaufen lasse, dann habe ich am Ende eine Wahrscheinlichkeit von pr, also die Wahrscheinlichkeit, dass p keine Primzahl ist, keine Primzahl, und ist Prime von p und t, liefert mir trotzdem true, also eine falsche Ausgabe. Es gibt mir aus, ich habe eine Primzahl, aber in Wirklichkeit ist es keine. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gleich 1 durch 2 hoch t. In jedem Durchlauf habe ich eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Zeugen finde, dass p keine Primzahl ist. Das heißt, nach t Durchläufen habe ich 1,5 mal und so weiter bis t halt, also insgesamt 1,5 hoch t oder 1 durch 2 hoch t Wahrscheinlichkeit, dass ich hier true zurückkriege, obwohl p keine Primzahl ist. Und wie gesagt, das ist vernachlässigbar in t, also diese Nägel-Funktion. Das ist eine Nägel-Funktion, wenn t groß genug ist. Okay, also zum Beispiel 1,000 mal durchlaufen, dann solltet ihr wirklich sehr, sehr sicher sein, dass p keine Primzahl ist. Allerdings, und deswegen gibt es hier eine kleine Modifikation noch, gibt es solche sogenannte Carmichael-Zahlen, Carmichael, und die haben keine Zeugen. Das ist das Problem dran. Das wurde erst noch gar nicht so lange her, glaube ich, entdeckt. Und deswegen gibt es eine kleine Modifikation in dem Algorithmus. Wir testen hier nicht, ob a hoch p minus 1 ungleich 1 ist, sondern wir testen, ob, ich schreibe das gerade mal hier unten hin, ob a hoch, halt, stopp. Wir definieren uns eine Zahl a hoch p minus 1. Ups, p minus 1. Das schreiben wir jetzt um als eine Zahl a hoch, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, 2 hoch r. Hoch r. Leider kann ich das jetzt hier nicht anders schreiben. Ich kann nur einmal hoch machen. Also denkt euch einfach, dass wir hier quasi ein Hoch in einem Hoch haben. a hoch 2 hoch r mal u. Was wir im Prinzip machen, ist, wir streichen immer eine Stelle weg von a. Also wir nehmen uns die ersten paar Bits, dann nehmen wir noch ein Bit dazu und so weiter und so fort. Wir nehmen am Anfang nur halt das rechteste Bit, dann nehmen wir noch ein Bit mehr und noch ein Bit mehr und so weiter und so fort. Dadurch kriegen wir diese 2 hoch r hin insgesamt. Und auch p minus 1 ist sozusagen die letzte Version, die wir prüfen wollen. Und was wir jetzt alles prüfen ist, wir prüfen nicht nur a hoch 2 hoch r mal u, sondern wir prüfen alle u's durch. Wir prüfen a hoch u, ups, andersrum, a, ach komm schon, a hoch u, prüfen wir, ob das gleich 1, ach komm schon, gleich 1 modulo p ist. Wir prüfen ob a hoch 2 u gleich 1 modulo p ist und so weiter und so fort, bis wir dann am Ende bei a hoch 2 hoch r mal u sind. Also prüfen wir jede einzelne Zahl durch. Und wir machen hier sogar noch mehr. Wir sagen nicht nur 1, sondern wir sagen auch plus minus 1. Also ist sie minus 1 ist okay. Wenn sie plus 1 ist, ist es okay. Dann sind wir zufrieden. Aber wenn sie irgendwann mal minus 1 modulo p waren, zum Beispiel jetzt a hoch u ist minus 1 modulo p, dann ist, Achtung, a, äh, dann, a hoch 2 u, was ist das dann? Minus 1 mal minus 1, Achtung, kurz bisschen Mathe, minus 1 mal minus 1 ist 1 modulo p. Das heißt, wenn wir sowas finden hier, dass a hoch u gleich minus 1 ist, oder a hoch 2 u gleich minus 1 ist, oder 1 ist, 1 von beiden muss reichen, danach wissen wir auf jeden Fall, dass wir immer 1 bekommen. Das heißt, dann können wir auf jeden Fall sagen, das hier brauchen wir nicht mehr prüfen. Also im Prinzip rechnen wir am Anfang a hoch u einmal aus, und danach quadrieren wir immer nur noch durch. Und wenn wir irgendwann eine minus 1 oder eine 1 finden, dann sind wir hier aus der if Schleife raus und können das nächste testen. Und so weiter und so fort. Und wenn wir irgendwann mal diese Dinger nicht finden, dann geben wir false zurück und wissen, dass es definitiv keine Primzahl ist. Und der Algorithmus, der findet dann auch diese sogenannten Carmichael Zahlen. Ja, war wieder mal harte Kost heute. Wie gesagt, den Beweis habe ich euch erspart, der war echt nicht einfach. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal machen wir dann wieder weiter mit richtiger Kryptografie und nicht so viel Mathe. Und doch, viel Mathe, aber trotzdem viel Kryptografie. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.